Die Bibel in einem Jahr, Tag 338. Vier Schlüssel, Angst zu überwinden. Alex Buchanan war bekannt als der Pastor für Pastoren. Ich erinnere mich, wie er auf einem Ohr taub und mit nur 5% Gehör auf dem anderen und nach einer Nervenverletzung bei einer Operation halbseitig im Gesicht gelähmt über die Liebe Gottes sprach und dabei immer wieder folgende Worte wiederholte. Gott liebt dich, bedingungslos, von ganzem Herzen und immer. Nach seinem Vortrag kam er auf mich zu und fragte, glaubst du, dass Gott mit dir einverstanden ist? Ich antwortete ihm, das kann ich tatsächlich nur ziemlich schwer glauben, denn ich weiß Dinge von mir, die es mir schwer machen zu glauben, dass Gott mit mir einverstanden ist. Er erwiderte, das fällt uns allen schwer zu glauben, Aber Gott möchte, dass du weißt, dass er dich billigt. Er möchte, dass du weißt, dass er dich bedingungslos, von ganzem Herzen und immer liebt. Wenn ich mit einem Wort zusammenfassen müsste, worum es in der Bibel geht, würde ich mich außer für Jesus für das Wort Liebe entscheiden. Zweimal im heutigen Abschnitt aus dem Neuen Testament schreibt Johannes, Wir gehen heute mit dem Wort Liebe sehr großzügig um. Nirgendwo in der Bibel heißt es, Liebe ist Gott. Mit anderen Worten, Gott definiert, was Liebe ist und nicht andersherum. Gott ist Liebe. Das ist die Botschaft, die du verstehen, über die du ständig nachdenken und die du der Welt weitersagen sollst. Gott ist Liebe. Sie ist die Antwort auf die größte Sehnsucht der heutigen Welt. Die Menschen suchen nach Liebe. Ihre Herzen sind auf der Suche. Wenn du wirklich verstanden hast, dass Gott dich liebt, verändert das dein Leben. Wie wir im Abschnitt des Neuen Testaments sehen werden, ist Liebe zentral für jeden der vier Schlüssel, mit denen wir ungesunde Ängste im Leben überwinden. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Vor deinem heiligen Tempel werfe ich mich nieder. Ich preise dich für deine Gnade und Treue. Als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhört und mir neue Kraft geschenkt. Selbst wenn ich von allen Seiten bedrängt werde, erhältst du mich doch am Leben. Ja, Herr, du bist auch in Zukunft für mich da. Deine Gnade hört niemals auf. Danke Gott für seine Liebe. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, schreibt der Psalmist. Ich preise deinen Namen für deine Gnade und Treue. Gott antwortet liebevoll und treu auf deine Gebete. Wenn ich zu dir bete, erhörst du mich. Du machst mir Mut und gibst mir Kraft. In diesem Leben werden wir von allen Seiten bedrängt. Gott, von Krankheit, Widerständen, Versuchung, Erschöpfung, Prüfungen und Angriffen. In seiner Liebe erhält dich Gott. Wenn ich auch von allen Seiten bedrängt werde, wirst du mich doch vor dem Hass meiner Feinde bewahren. Ich halte Vers 8 für einen der ermutigendsten Verse der ganzen Bibel. Der Herr wird alles zu einem guten Ende bringen. In seiner Liebe und Treue hat Gott einen Plan für dein Leben und den wird er vollenden. Menschliche Liebe ist vergänglich, aber deine Liebe hört niemals auf. So wie Gottes Liebe und Treue Hand in Hand gehen, so sollte das auch bei uns sein, in der Ehe und in allen anderen Beziehungen. Herr, ich danke dir für deine unfassbar große Liebe und Treue zu mir. Danke, dass du versprichst, deinen Plan für mein Leben zu einem guten Ende zu bringen. Bitte hilf mir, liebevoll und treu zu leben. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir es selbst erlebt und können bezeugen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um sie zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegen gehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Liebe in der Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. In dieser kurzen Passage finden wir 28 Mal die Worte Liebe, Lieben und Geliebt. Wir befinden uns im Herzen des Neuen Testaments, im Herzen der Bibel. Hier finden wir Gottes Herz. Liebe ist das Mittel gegen die Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Liebe ist das Gegenteil von Angst. Die beiden sind wie Wasser und Öl. Jeder möchte Liebe. Angst will jeder loswerden. Wir sehen in diesem Abschnitt vier Schlüssel, wie wir ungesunde Angst in unserem Leben überwinden können. Erstens, Gottes Liebe begreifen. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Mit Adams und Evas Sünde kam ungesunde Angst in die Welt. Sie verbargen sich vor Gott. Als Gott fragte, wo bist du, antwortete Adam, ich hatte Angst, darum habe ich mich versteckt. Adam hatte Angst, dass Gott ihn bestrafen würde. Die tiefste Wurzel der Angst ist die vor Verdammnis, das Gefühl, dass Gott böse auf dich ist. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Jesus hat deine Verurteilung auf sich genommen. Gott möchte, dass du voller Zuversicht zu ihm kommst. Zweitens, Gottes Liebe erfahren. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Du fängst erst richtig an zu leben, wenn du verstehst, dass Gott dich bedingungslos liebt. Der Heilige Geist lässt dich Gottes Liebe erfahren. Wenn meine Frau Pippa als kleines Mädchen Angst hatte, nahm ihr Vater sie in den Arm und sang ihr, Daddy hält dich zu. Dasselbe tut der Heilige Geist. Gott nimmt dich in seine Arme und versichert dir seine Liebe. Drittens, an Gottes Liebe glauben. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest. Das griechische Wort für festhalten ist dasselbe wie für glauben. Selbst wenn wir von Gottes Liebe wissen und sie auch erfahren haben, müssen wir doch immer wieder an sie glauben. Objektpermanenz ist ein Begriff aus der Psychologie und beschreibt die Fähigkeit eines Kindes zu verstehen, dass ein Gegenstand auch dann noch existiert, wenn es ihn nicht mehr sehen kann. Bis etwa im Alter von vier Monaten fehlt Babys die Fähigkeit zu glauben, dass etwas existiert, das sie nicht sehen können. Wenn du ein Spielzeug versteckst, existiert es für sie nicht mehr. Dann kommt die Phase, in der sie nach dem Spielzeug suchen, wenn du es versteckst. Sie haben erkannt, dass Gegenstände weiterhin existent sind, auch wenn sie sie nicht mehr sehen. Das ist ein Zeichen für christliche Reife, weiter an Gottes Liebe zu glauben, selbst wenn wir sie nicht sehen oder fühlen können. Wir erinnern uns. So wie wir an die Sonne glauben, auch wenn sie nicht scheint, glauben wir weiter an Gottes Liebe, auch wenn wir sie in dunklen Zeiten nicht fühlen können. Viertens, Gottes Liebe vollkommen werden lassen. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Je mehr du ihn liebst und sich das in deiner Liebe zu anderen Menschen sichtbar äußerst, desto weniger fällst du der Angst zum Opfer. Entwickle eine Kultur der Liebe, schenke und empfange sie. Das ist das Gegenteil von Konkurrenzdenken und Geschwätz. Je mehr Liebe du verschenkst, desto mehr wird deine Angst verschwinden. Danke, Herr, dass du mich bedingungslos, von ganzem Herzen und immer liebst. Danke, dass vollkommene Liebe alle Ängste austreibt. Die anderen aber, die ihren Gott kennen und lieben, bleiben standhaft. Weise und Verständige aus dem Volk werden vielen den richtigen Weg zeigen. Steh fest in der Liebe Gottes Wer seinen Gott kennt, ist ein liebevoller Mensch. Liebe ist nicht schwach. Menschen, die Gott wirklich kennen, widerstehen böswilligen Despoten. Dietrich Bonhoeffer kannte Gott und widersetzte sich Adolf Hitler entschieden. Gleichzeitig betete er, schenke mir eine solche Liebe für Gott und die Menschen, die allen Hass und alle Bitterkeit ausschließt. Immer wieder haben Menschen, die ihren Gott kannten, dem Bösen entschieden widerstanden. Auch diese Prophetie hat wieder mehrere Ebenen der Erfüllung. Die unmittelbare historische Erfüllung betrifft verschiedene Könige und Herrscher, die zwischen 530 und 150 vor Christus regierten. Viele von ihnen handelten gottlos. Aber es gibt auch hier eine langfristige Erfüllung. Wie wir gestern gesehen haben, sprach Jesus davon, dass abscheuliche Götzen das Heiligtum entweihen würden. Er bezog sich dabei wahrscheinlich auf die Zerstörung des Tempels 70 n. Chr., einem Vorzeichen der Endzeit. Die anderen aber, die ihren Gott kennen und lieben, werden mitten in all dem Bösen standhaft bleiben bzw. treu am Bund festhalten. Weiter heißt es, die Klugen im Volk werden viele andere davon überzeugen können, am Bund festzuhalten. Auf diese Weise wird das Volk geprüft, damit sein Glaube geläutert und gereinigt wird. Danke Gott heute für seine Liebe. Lebe in seiner Liebe. Überwinde deine Ängste. Bleib standhaft und widerstehe dem Bösen. Herr, bitte hilf uns, ein liebevolles Volk zu sein, das seinen Gott kennt, das standhaft bleibt, Ängste überwindet, dem Bösen widersteht und handelt. Noch ein Gedanke meiner Frau. 1. Johannes 4, Vers 18 Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Dieser Vers hat mich schon so oft getröstet.